hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ls 19 hier ist die game studio mein name ist master schulert und bei uns ist die dori ja hier ist sie genau die dori macht fleißig in kartoffeln ich ja vielleicht nicht was damit mcdonalds wieder nachschub gericht mcdonalds ja ja ist doch zu mcdonalds ja ab und zu mal ja als ich das letzte mal da war hatten wir so wenig gut geschmeckt dass ich nicht dazu weiß nicht ob ich geheilt bin davon aber naja ist auch schön hat wohl mehr im bund also normalerweise bei mcdonalds wenn ich hingegangen bin so zwei double cheeseburger war eigentlich kein problem habe ich nicht geschafft aber vielleicht war ja auch zu viel bei bergen vielleicht mir schmeckt das ja von bergen doch wesentlich besser ja bürger king finde ich auch besser als mcdonalds hat mir ein arbeitskollege erzählt jetzt wird dass er also ausschaufschule austauschüler aus den usa waren wir bei ihm und mit dem wollte er dann halt eben zu mcdonalds oder bürger king fahren und die haben da halt wie im entgegen produziert dass man da nicht hingeht ja ja gibt da so andere bürgermarken usa die wohl wesentlich beliebter sind bei der jugend naja mal gucken in usa war ich noch nicht werde ich wahrscheinlich auch so schnell nicht hinkommen auch wenn ich gerne also ich würde ja wirklich wahnsinnig gerne mal im american football spielen live sehen muss ja nicht gleich das super bowl sein wo man da quasi seinen halben jahresverdienste hinlegt aber vor gott sagen hallo kann auch keiner bezahlen also im schnitt als wenn du das als deutscher wo sehen willst mit flug alles drum und dran 6000 euro ist ja ich weiß weil krank ist das ja das ist ja aber so mal ein ligaspiel von mir ist auch im heinz hielt warum nicht ist die heimstätte des dealers ja ja ich meine ich glaube bei den teams und browns kriegst du die tickets beläger ne die gewinnen ja nicht so oft das war so lustig oder ist so lustig der quarterback mit den meisten siegen also aktiven quarterbacks mit den meisten siegen im stadion von den fiel und browns ist ben knuckles bürger ok der ist aber eigentlich quarterback bei den steelers das liegt aber daran weil die spielen im jahr zweimal gegeneinander also jedes jahr ist der einmal da und der gewinnt da immer und deswegen hat er dann halt in seinen jahren die jetzt schon spielte 2005 oder so ist der quarterback oder 2004 hat er da halt eben schon mal gewonnen oder sowas und die quarterbacks die sonst immer eigentlich zu dem franchise gehören die gewinnen halt zwei spiele im jahr und sind dann meistens sagen sie sich der taugt ja eh nix nächsten deswegen ich weiß nicht ob es noch ist aber war vor kurzem der quarterback mit dem meisten siegen von den aktiven quarterbacks in dem stadion der kippen browns fand ich ganz naja ist auch nicht schlecht ne wenn du das stimmt wenn du bei deinen beim division rival in den sogar die heißt die kleinere division ist ja das große das ist schon naja aber dieses jahr haben sie ja sie mal gewonnen glaube ich glaube die waren 7-9 die grounds mit ihrem neuen baker mayfield haben sie doch jetzt als als crowderback letztes jahr gerichtet und haben sie alle gesagt über soll das machen wir schon über sollen das und dies und das ist gar nicht so gut wollen wir genau der richtige den trainer haben sie zwischendurch rausgeschmissen dieses jahr naja den new jackson der trainer der jetzt so offiziell den titel trägt mit dem schlechtesten die land als head coach mit mehr als einer saison bei einem team der bauer 2 ist fast zwei seasons dort und zwei saison und hat genau ein sieg geschafft aber ein sieg in ein sieg in 31 spieler oder 33 spieler oder sowas ja leucht würde ich sagen ja das ist ja das ist nicht schlecht das muss das mal hinkriegen dass sie die ganze saison ohne sieg überlebt naja so ist es halt siehst du und die äh wie heißen sie in den patriots haben es geschafft alle spiele eines jahres oder einer saison zu gewinnen außer im super bowl wir haben alle regular season spiele gewonnen die playoff spiele natürlich dann auch wie es da gibt ne aber im super bowl haben sie verloren schon ärgerlich ja das ist ärgerlich ja aber mensch dann hätte tom brady noch einen ring mehr dann hätte er schon sehen was er ja ja mensch ist ja nicht auszuhalten soweit er hat ja bald gar nicht mehr genug finger für die ganzen ringe wenn das so weitergeht dann muss er sich ja um um andere riebmaßen noch er muss auch noch 10 10 also das würde ja auch noch gehen ja aber die großen ringe mach die mal am kleinen c fest ja mein gott dann wird er halt ein bisschen kleiner gemacht extra für tommy ja extra angefertigt ja hier ist schon ah ja bei 3540 ist schluss bisschen satt verfahren ok jetzt bin ich wieder in deinem trecker da bin ich ja gar nicht hin so 7300 haben wir jetzt hier wenn ich das einladen dann muss ich gleich mal gucken wo ich die sojabohnen hinbringe so gucken wir nochmal wo bringen den sojabohnen den besten preis ähm sojabohnen hier ist sojabohnen oh man ey die waren mal bei fast 1000 jetzt sind sie bei 875 am hafenspeicher bringen sie momentan 875 die sojabohnen oder am restaurant im restaurant ist der preis aber feilend ach man oh naja gut hätte ich mir ein bisschen mehr vorgestellt naja 875 geht auch noch hab ich hier 8000 dollar auf den anhänger ok fast 9000 passt schon davon kriege ich hier ja mindestens noch einen und noch einen halben runter dann haben wir unsere 20.000 hier auch verdient mit dem sojabohnen boah kennst du das wenn du merkst dass du irgendwie die nase immer so ein bisschen dicht ist aber naja hab ich den ganzen tag schon hab ich richtig mit zu kämpfen gerade hört man wahrscheinlich auch beim sprechen das geht ja aha huh was ist nun ach ich hab gerade eine nachricht auf mein mein handy beziehungsweise meine uhr gekriegt dann habe ich gerade beim treckerfahren quasi auf die uhr geguckt und versucht zu entziffern was mir google da mitteilen will und mich dann gewundert warum es der meinung ist dass ich aus meinem letzten foto ein panorama hätte haben wollen weil das letzte was ich fotografiert war waren die chinesischen zeichnen arm out warfare weil ich die gerne einem einer unserer chinesischen mitarbeiter zeigen will und mal fragen will was das heißt das wollte ich letztes Jahr schon machen das aber wieder irgendwie so chinesisches mondfest oder irgend sowas ist doch gerade wieder und ach wo will ich denn jetzt überhaupt hinfahren das weiß ich nicht ach so zum restaurant war es ne ja ne zum hafenspeicher restaurant ist ein runter warte mal dann muss ich dann muss ich umdrehen dann bin ich schon verkehrt oh hier steht lauter Unkraut drauf so die Nase juckt auch nicht schön aber wenn wir nämlich ein zweites feld haben ne das wäre echt schon das hätte schon viel schönes da würde ich mich schon richtig drüber freuen wäre schon mal so ein bisschen naja wir arbeiten ja dran wir arbeiten dran ja ja aber ins abbockern ist ja schon einmal weggefahren mit dem zeug nehmen nee so das ist auch so wie ich hier da richtig hinkommen soll es ohne dass du den axbruch holst das verstehe ich noch nicht so sind wir am hafen da will ich aber gar nicht hin ich will hier da hinten genau anhalten 9.235 dollar habe ich gemacht mit einem anhänger jetzt hier sehr schön wäre schön wenn wir da drei anhänger fertig kriegen aber ich glaube das wird nichts so viel soja bohnen kriegen wir nicht runter von unserem parker meinst nicht ich glaube es werden ja so zweieinhalb anhänger und dann aber gott zweieinhalb anhänger dann haben wir auch 20.000 aufgemacht ok lohnt sich schon ein paar mehr arbeitsschritte aber ich glaube von dem zeitaufwand ist das also was du jetzt so machst gleich vom nachbarfeld in die soja bohnen was kaufen dann keine andere soja bohnen wir da runter kriegen aber die sind eben nicht gedüngt naja gut einmal dünnen können wir noch auf jeden fall bei der wachstumstufe die es ist wenn wir es gekauft kriegen Unkraut müssen wir noch rausholen dann würde ich sagen erst dünnen dann Unkraut runter holen und ich glaube dann kann ich schon wieder dünnen kalken könnten wir es auch noch zwischendurch so gut dann haben wir aber jede menge zu investieren kalken würde ich ja nicht erst mach ich weiß auch nicht ich bin mir nicht sicher was da gut ist dann muss ich mir den kalkstreuer ausleihen und dann sind beide fälle nicht auf dem gleichen stand dann müsste man dann nicht beide fälle halten damit man wenn man dann wieder mal diesen kalkstreuer ausleiten dass man gleich mal beide machen kann ja das macht schon sinn irgendwie schon ja klingt auf jeden fall logisch naja wenigstens was kriege ich hin das mal was logisch klingt da auch nicht so häufig da sind wir wieder am feld da würde ich nicht hin ich bin immer einmal in deinem Traktor denn da hast du bei dir durch die fahrzeuge hopse schön viele kartoffeln vielleicht bleibt ja den kartoffeln auch noch so ein bisschen geld hängen das wäre auch noch cool und mussten ja nicht abliefern zentrum naja stimmt naja stimmt war ja weil ich selber nicht gucke naja gut manchmal ist er halt verwirrt der alte mann ja ja das macht das alter ne ja ja klar ja ich bin keine kleine katze mit der du so reden kannst ja ich bin mir verarscht nein warum das denn ich weiß nicht keine ahnung hab irgendwie so das gefühl so ich fahre das erste mal weg weil ich bin fahr da bist du voll achso so ich habe auch schon mehr keine gerade Schnittkante mehr da kann man auch schon mehr erfolgreich vermieden das würde es hinkriegen huch huch oh was denn was denn du oh der ist wieder sehr sehr lenkbar der Wagen also sehr sehr lenkfreudig so ein bisschen Schlangenlinie übers Feld gefahren oh man auf der Seite ist das nicht gar kein Problem gar kein Problem alles gut oh alles gut ja ja naja naja ich kann mir das ja im Nachhinein herankommen was denn jetzt der hätte ich eigentlich überschlagen müssen wie ich gefahren bin oh man der hätte umkippen müssen mit dem Anhänger hinten dran was tust du denn nur wieder na fahren naja versuch's zumindest ahja gut ja er fährt sich echt beschissen da kommt Gegenverkehr oder da kommt Gegenverkehr Ja, hoffentlich ist er gut versichert. Ja. Gegen Augenumzug. Gegen Augenumzug, ja. Alles kein Problem. Das hört sich schon spannend an, was du da machst. Ja, so ein bisschen. Schade, ich hätte gerne den Preis von 1.000 noch gehabt, muss ich ehrlich sagen. 23% ist doch gar nicht mal so schlecht, dass du schon ein Züttel nicht schaffst. Ja. Du bist ja richtig gut, nämlich. Ich sag dir das. So. So, wie? Wee. So, so. Das hört sich immer an, wenn du fährst. Ja, ja, also mit dem, ich weiß nicht, das ist der, mit dem Trecker kann ich das nicht. Also, wieso soll das am Trecker liegen? Weil andere sich besser fahren als der. Die fahren sich unterschiedlich. Der fährt sich bescheiden. Was ist denn das für einer? Weiß ich nicht, was bist du denn? Willst du ein, ein Fan, 724? War nicht ein guter Trecker? Nee, der ist doof. Ach komm, erzähl dir nicht. Doch! Der Trecker kann nicht. Der ist gacker. Der ist gacker, ja. Nee, die gacker ist ja nicht. Der Trecker ist gacker. Habt ihr das gehört? Nee, nicht gacker, gacker. Ach, gacker, auch das noch. Der ist gacker. Nicht gacker. Oh, Mann. Du sei doch mal nicht so zu der Technik. Bin ja auch gar nicht gut. Aber schön, dass du das schon mal einmal aufgefahren hast. Was denn nur wieder? Ich mach wieder Schlangenlinien. Nee, 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 nee. Die mach mich nochmal fertig, die Frau. Ich? Warum das denn? Warum ich mich fertig muss. Aber wie denn? Ja, nö. Also mit Schlangenlinien. Die Mann auch gar nicht. Ja, vielleicht ist es auch das. Ja, genau. Da ist so ein schön Hackbraten. Da können die auch drauf. Mal jetzt auch von Essen zu reden. Wieso denn? Das ist nicht besonders hilfreich. Hast du keins da? Nee, ich muss ja. Ich nehm mir grad Videos auf. Ja, oder? Nee, alles gut. Ich warte bis heute Abend. Also bis später. Oh ja. Macht ihr eigentlich da, wenn du da auf Arbeit bist und richtig Mittag oder so? Nicht immer. Meistens nicht. Aber wenn, dann holt ihr euch was oder wie, oder? Ja. Habt ihr da in der Nähe von eurem Laden? Da sind bestimmt überall irgendwo solche Fristbohnen, oder? Noch, genug zu essen, René. Was ist denn da so zu empfehlen? So in der Nähe, oder? So der Dönermann, oder? Nö, wir haben ja unter anderem so ein Schweinske in der Nähe. Schweinske? Ist das mit der Schweinenase der? Ja, genau. Und noch ein anderes Restaurant, wo es alles nur ist. Und die gibt's Pizza, Nudeln. In welchem Spiel habe ich denn den Schweinske in der Nähe gesehen? Weiß schnett. In irgendeinem Spiel habe ich dir doch noch das Bild geschickt und hab gefragt, gibt's den wirklich? Und hast du gesagt, ja, den gibt's. Warst du ein Bus-Simulator oder sowas? Weiß schnett. Ich glaube, ja, das muss ein Bus-Simulator gewesen sein, wo du durch Hamburg fahren kannst. Da gibt's ja nur in Hamburg und in Umgebung, ne, das Ding. Weiß ich nicht. In der Gleiter. Keine Ahnung, wo es denn überall gibt. Sag mal. Da kannst du doch mal die Verkäuferin fragen, wie erzählt ihr das bestimmt? Warum sollte ich das tun und tritt mich ja nicht? Du bist auch so ein... Ach, nee, 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 nee. Wieso interessiert dich denn wo du es nicht? Warum muss ich denn wissen, wo ein Schweinske noch ist? Ich weiß doch, wo meine Schweinske in der Nähe sind. Vielleicht bist du mal woanders und denkst dir so, ob, wer schön mit dem da auch einer ist. Ja, dann sehe ich das ja, ob der da ist oder nicht da ist. Na toll. Ach, Google. Warum denn nicht mal mit Menschen kommunizieren? So mit den lieben, netten Verkäuferinnen. Die freut sich auch immer. Eine Verkäuferin? Ja, die weiß... Kellnerin, meinst du, oder was? Oh, eine Kellnerin von mir aus auch das... Ich denk, das ist ein Fleischerladen. Das ist kein Fleischerladen, das ist ein Restaurant. Ein Restaurant? Ja, Restaurant. 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 Wie bei der Folge von... The Big Bang Theory. Ja. Rollsoro. Entschuldigung, ich verstehe Rollsoro nicht. Ach so, wo ist Siri da so nachdem? Ja, ja. Siri, Spracherkennung ist voll scheiße. Das ist so geil, ey. Das ist aber auch schon richtig gemein, ne? Ach, ich find's witzig. Der arme Kripke. Ja, ich find's so witzig. Die Folge erst vor ein paar Tagen gesehen, ey. Wir sind so gefeiert. Ich bin jetzt auch bei Netflix gerade an der Stelle da. Vierte, fünfte Staffel rum, muss ich da jetzt gerade sein. Ja, wir gucken. Ich guck das ja auch gerade abends, aber. Zu geil, ey. Obwohl ich momentan gucke sehr viel Star Trek 6 Generation auf Netflix. Na ja. Das ist auch nicht schlecht. Ich will auch nicht in den Trecker sitzen. Ich will mir rücker Siedchen. Mir rücker. So. Die Katze hat sich beruhigt. Wie ist es bei dir mit der Katzensituation? Ja, die scheinen alle zu pennen. Alles klar. Wollen wir die Folge beenden? Ist schon wieder so weit, ne? Das ist ja furchtbar. Ich sag's ja. Ja dann. Das war eine Folge LS19 hier aus der Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich bunker gerade ab. Und bei uns ist die Dori. Wahr ist. Naja, irgend so was her halt. Hallo. Sie macht gerade was mit Kartoffeln. Ja. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Wenn's euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Bis denn. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.